Geht mal zu Jay-Zene Burak. Hier ist das Restaurant und wir brauchen ca. 20 Minuten. Macht alle schon mal das Plus weg. Erstmal müssen wir mit dem Taxi fahren. Wir sind da! Okay, und jetzt bestellen wir uns was zu essen. Unser Essen ist jetzt da. Wir haben einmal Hähnchenfleisch und dann noch Rindfleisch. Brot haben wir auch noch bekommen. Also, es war wirklich richtig lecker. Das Ganze hat uns 255 Liter gekostet. Wo sollen wir als nächstes hin?